Hat glaub ich noch niemand erfunden Ich glaube jetzt kommt was Deine Reflexe sind gut, oha oha Da ist auf jeden Fall ne Kamera und ich höre das Alien Alter Geh weg, du scheiß Alien Ich hab ja gedacht wir haben es schon hinter uns aber anscheinend noch nicht Oh, da ist ein scheiß Dings Alter, da ist ein scheiß Alter, da ist ein scheiß Dings Äh, 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 ein Android Der soll weggehen Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Dankeschön für die Werbung, Star Wars Maker Ich hab vor 2 Stunden 2 Flaschen Rotwein getrunken Oh mein Gott Warum machst du denn sowas? Okay, wir haben das Alien hier Und wir haben Höh Und wir haben eine Kamera hier Und wir haben ein, ein Bot hier Ach du scheiß Ach du scheiße, Schrott Nimm alles auf Wow Ne, 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 ne Ne, 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 ne Ne, 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 ne Ne, 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 ne Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Entschuldigung für die, für die Wortwahl Fick dich Fick dich, alter Fick dich Ja, ich werd mir wehtun Aber du hast mich nicht gesehen Prost zusammen Da läuft eine IOS rum Genau Wie geht's dir dabei, Flexi? Puh, keine Ahnung Also mir geht's momentan relativ gut Nicht rennen Ich renne noch nicht Und wieso hat mich der Affe gesehen? Und wieso haben wir keine Waffen mehr? Das regt mich so auf, dass wir keine Waffen mehr haben Es ist Wochenende Eben So Ich hab grad nen Lachflash Warum Projekt War Rider? Ich grüße dich Prost zusammen Mein Gott Das ist unglaublich Wir haben es mittlerweile schon halb zwölf Und wir sind immer noch nicht mit dem Spiel durch Seit, seit Freitag den dritten zehnten Unglaublich Alter, der steht da Geh weg Geh weg, du stinkst Geh weg Alter, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Ich muss da hingucken Äh Kamera Feed Instabiles System Genau So, instabiles System machen wir mal Der läuft auf jeden Fall Der bewegt sich Der Sack Oh Gott, ey Alien kam neulich auf Kabel Ja, die Alien Reihe Montag kommt noch der letzte Teil Alien die Rückkehr Ja, also falls jemand was mit Alien nicht anfangen kann Sollte sich auf jeden Fall Alien die Rückkehr angucken Und fragen, warum es die Alien Spiele gibt Und äh, ja allgemein einfach Alien angucken Also leider habt ihr schon viele Teile verpasst Drei Teile sind schon gelaufen Und ähm So, ihr habt gerade gesehen Ich hab gerade hier links Da Äh, hab ich gerade die Karte mitgenommen Das hab ich nämlich vielmals vergessen Ich hab ja eigentlich gesagt, dass ich die Karte nicht benutze Ah man, es ist einfach so Sonst kommen Man kann wirklich nicht weiter im Spiel Man kann es wahrscheinlich auch ohne Karte durchspielen Aber Es ist schon besser mit Nette Wortspiele Haha, wie nette Wortspiele Der Stream ist auch unglaublich Und zwar unglaublich geil Vielen, vielen Dank Vielen, vielen Dank für's Kompliment Wie gesagt Let's play live Schon mal Freitag und Samstag Es ist ab 20 Uhr Sie genießen das Spiel Ja, auf jeden Fall Ich hab doch die Kamera abgeschaltet Oder ist das eine andere? Ich glaube es ist eine andere, ne? Kann das sein? Oh, lauf, 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 Einfach Werbung schreiben und ihr seht alle Infos zur Let's Play Live Show und zu meinem YouTube-Channel. Wie mein YouTube-Channel heißt. MF... Was ist hier los? Noch nicht durch? Geh mal Urlaub. Ja, ich hab's immer noch nicht durch. Seit 3.10. Ja, also vor Release hab ich noch gestreamt, weil ich es ja vorher schon hatte. Und immer noch nicht durch seitdem. Aber immer noch ein geiles Spiel. Genau. Jetzt kommt der vierte Teil von Alien. Montag auf Kabel 1. Alien, die... Oh, was ist das denn? Oh, ja! Ja! Wir haben den Ionenschneider. Wir haben die Verbesserung des Ionenschneiders. Ja! Geil! Yes! Hätten wir liegen lassen beinahe. Wie cool ist das denn? Ähm... Ich hab PT gezockt. Ja. Ich hab sogar ein Lösungsvideo erstellt auf YouTube. Und, ähm... Ich hab's immer noch auf der Platte. Spielmodus auf Normal. Ich hab aber noch die Überlebensmodus noch gar nicht angefangen. Wie gesagt, ich hab das Spiel noch selber noch gar nicht durch. Ich, äh... Wie kann ich denn die scheiß Kameras abstellen? Ich hab doch normalerweise irgendwo so ein... So eine Schalttafel. Aber hier ist keine. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, lauf, lauf, lauf. 16 Stunden circa? Und plus jetzt den Freitag? Ja. Also bin ich schon mal fast 20 Stunden. Ja, bin schon wieder bei 4 Stunden gleich. Oh, Gott. Oh, Gott. Bist du bei Mission 14? Bist du sicher, dass du am Ende bist? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe... Entschuldigung. Ich hoffe, dass es die letzte Mission ist. Ansonsten, äh... Ja, müssen wir noch eine Mission machen. Boah, mach fertig. Mach fertig. Mach fertig. Mach fertig. Mach fertig. Boah. Boah. Hört auch keiner sonst. Nee, nee. Hört auch sonst keiner. Ja, Alien hat momentan irgendwie noch Urlaub, glaube ich. Ist momentan noch auf, äh, äh, Ferientrip. Glaube ich. Zumindest. Weil wir haben es schon länger nicht mehr gesehen. Deswegen ist Alien auch momentan gerade, äh, äh, äh... Ja, mach da Gemeinschaftsurlaub. Oh, ein Speicherpunkt. Alter, ein Speicherpunkt. Aber ich höre auch gerade ein... Ein scheiß Android. Ein Fuck. Fick dich, ich geh speichern. Oh. Danke, dass du EUs hier streamst. Ja, nicht zu danken. Kein Problem. Wie gesagt, Let's Play Live Show. Einfach mal Werbung reinschreiben in den Chat. Und du siehst, äh, alle Infos zur Let's Play Live Show. Wann die läuft. Und wann, oder beziehungsweise wie mein YouTube-Channel heißt. Alter, was ist das denn für ein cooles Auto? Äh. So. Oh nein, da hinten läuft einer. Oh, der kommt hier lang. Nein, der kommt hier lang. Nein, 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 nein. Hallo? Hallo? Da, der Nightbot hat's geschrieben. Reflex GER, mein YouTube-Channel. Die Let's Play Live-Show, Freitags und Samstags immer um 20 Uhr nur hier. Einfach LPLS um 20 Uhr eingeben. Let's Play Live-Show, weil ich starte immer den Stream um 19.45 Uhr. So, dass bis 20 Uhr alle sich sammeln können. Also um 19.45 Uhr starte ich meinen Stream und um 20 Uhr geht's dann immer los. Was muss ich denn jetzt machen? Ich hab keinen blassen Schimmer. Wo ist er überhaupt? Ich seh ihn gar nicht. Ach, der Tunt da hinten irgendwo rum. Geh wo an. Ja, Flexi. Erlin ist auf Geschäftsreise, auf jeden Fall. Der ist Luftschacht-Klempner. Genau. Der ist momentan auf Geschäftsreise. Der, ähm... Der guckt sich gerade neue Luftschächte an. Ja, der macht ja, äh... Eine Biggest Tour von Luftschächten. Ja, Biggest Tour auf Luftschacht heißt das Ganze. Und davon macht er mehrere Sachen. Hä? Hab ich doch gemacht? Was ist denn jetzt hier? Achso, Schrott einsammeln. Und? Achso, und Elektro. Achso. The Biggest Tour, the whole fucking biggest Tour auf, äh, äh, Luftschacht heißt die ganze Tour. Und, äh, da ist er auch kaum wegzukriegen, das Alien. Ja, der ist da nur unterwegs. Und er macht da so sein Ding, weil der muss ja die neuesten Modelle der Luftschächte muss ja immer, äh, kontrollieren. Und dann wird er entscheiden, ob er die kauft oder nicht. Ja, diese Luftschächte sind ganz schön fabulös. Ich kann nur eins sagen, fucking awesome Luftschacht. Energie benötigt, ach du Scheiße. Ach da. Fucking awesome Luftschacht. Wie Strom wieder einschalten, hab ich doch. Hä? Wie Strom wieder einschalten. Willst du mich verarschen? Was muss ich denn machen? Oh, nein! Ich liebe Aliens, ja, ja. Stell dir vor, hier gibt's einen Wahnsinns-Modus. Oh Gott. Oh Gott. Das wär natürlich verdammt awesome, wenn ihr einen Wahnsinns-Modus geben würdet, wie bei Outlast. Das wär verdammt awesome. Auf jeden Fall. So. Den haben wir ja eingeschaltet, ne? Genau, da geht ja nichts mehr. So, und mit dieser Spannung, mit dieser Dramaturgie entlasse ich euch in einer weiteren kleinen Pause und dann geht's gleich hier spannend weiter. Bleibt einfach dran. Ja, ich geh kurz auf die Toilette, hier solltet ihr es auch tun und dann sehen wir uns gleich wieder hier an dieser Stelle, an diesem schönen hier, ja, ähm, Werkzeugköfferchen oder, äh, an dieser Werkzeugbank und, äh, ja, bis gleich. Was? 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 Moment, 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 Moment. Moment. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, wir machen gleich. Wir machen gleich eine Pause, aber nicht jetzt. Wir machen gleich eine Pause, aber nicht jetzt. Alter, wieso hat er mich denn gesehen? Wird er mich verarschen? Was müssen wir denn hier tun? Ach, hier müssen wir hin. Ja, das haben wir ja jetzt. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ja, ja, halt die Schnauze. Ja, ja. Ja, sie tun nicht das, was ich ihnen sage. Okay, wir machen gleich eine kleine Pause. Hier, du kleine Strecher. Guck mal. Wieso geht das nicht? Ach, scheiße, ich hab vergessen nachzuladen. Aua. Hör auf. So. Guck mal, was ich für dich habe. Guck mal, jetzt hier. Guck mal. Aua. So, jetzt hab ich für dich was. Guck mal. So. Wieso Strom wieder einschalten? Willst du mich verhaschen? Boah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du stinkst, geh weg, du stinkst. Geh weg, 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 geh weg. Okay, wir machen gleich eine kleine Pause. Elektroschocker? Na ja, probieren wir nochmal aus. Moment. Wieso funktioniert das denn nicht? Ich hab doch... Mann, wieso funktioniert das denn nicht? Das scheiße nicht. Das scheiße nicht. Das funktioniert ja nicht. Das scheiße nicht. Mann, wieso funktioniert denn diese Scheiße nicht? Ah, jetzt. Ah, jetzt ja. Ah, jetzt ja. Muss man auch noch genau zielen, ey. Das muss auch mal einer sagen. Hallo, hallo. X drücken. Ja, toll. Auch noch dreimal machen. Natürlich. Warum denn nicht? Komm, drück auf den Scheiß-Fix-Knopf. Uah. Uah, mach die Scheiß-Tür auf. Uah. Was? Was? Okay. Ich brauch auf jeden Fall dringend jetzt ne Klopause. Wir haben zwar nicht gespeichert. Aber wir machen jetzt definitiv ne Klopause. Ja? Und äh... Wir machen auf jeden Fall ne Klopause. Und dann seht ihr, wie ist hier jetzt gleich weiter? Ach so, Medikit. Ja, äh. Gute Idee. So. Ähm. Nur eben eins herstellen. Gerät gebastelt. So, vielen, vielen Dank. So, dann geht's jetzt gleich hier weiter in der Let's Play Live-Show. Und äh... Oh, ich muss so auf Toilette. Oh, bis gleich. So, Pause vorbei. Pause vorbei. Ihr könnt alle vom Klo kommen. Los, los, los. Auch du da mit deinem Teddybär-Schlafanzug. Ich seh dich. Mhm. Auf der Couch. Oder du mit deiner Freundin da, die gerade Chips essen. Du sollst nicht so viel Chips essen. Das geht auf die Figur. So, weiter geht's. Ja, wenn man einmal geht, dann geht man immer. Ne, der Spruch, da stimmt schon was. Da ist schon was Wahres dran. So. Äh. Ich hab nicht mal viel Batterie. Sag ich nur mal so schon mal. Und ich werd mal eine Leuchtfackel nehmen. Falls wir keine mehr... Boah. Prost zusammen. Natürlich, Hannes. Hände gewaschen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Let's Play Live Show. Alter, und wie toll das aussieht. Das... Oh. Ich hab immer so ne Latte. Ich bin nicht ganz ehrlich. Das gibt's doch gar nicht. Ey. Wie kann denn so ein Spiel so geil aussehen? Boah. Ist der Hammer. Entschuldigung, dass ich es immer wieder sagen muss. Nein, kein Durchfall. Wenn's läuft, dann läuft's. Okay. So. Einfach mal Werbung schreiben. Dann seht ihr alle Infos zu meinem YouTube-Channel. Vielen Dank, Vladiboss. Der Werbungsmacher. Vladi. Vladi der... Was? Was? Oh, da hinten lief schon einer wieder. Ich hab schon gesehen. Da hinten lief wieder einer. Öffnen Sie das Gitter. Okay. Facility Management. Da müssen wir wahrscheinlich lang jetzt. Ja. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch hier, ne? Nope. Reaktor Assis. Da müssen wir zum Reaktor wahrscheinlich. Warte, ich hab einen Nachttopf. Ist so spannend zum Aufstehen. Oh mein Gott. Ich bedanke mich natürlich an jeden Einzelnen von euch, die hier dabei sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir alle zuseht. Und, äh, ich hab auch letztes Mal schon gesagt, wo hier die 200 Leute da waren bei P.T. Punkten bei Alien damals. Ähm, am Anfang. Ey, vielen, vielen Dank. Ihr seid doch verrückt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann's gar nicht mehr gut machen. Außer, dass ich ein paar Videos natürlich hochlade. Ich werd ja, wie gesagt, irgendwann mal so ein Fantreffen starten. Falls ihr da mal Lust drauf habt. Irgendwas konnte ich hier gerade einsammeln. Aber ich hab's irgendwie nicht. Oh, da liegen Karten auf dem Tisch. Doch, hier. Warte. Was? Was? Ich wollte das Radio doch gar nicht benutzen. Will er mich verarschen? What? Was? Nein! Der hat schon wieder so einen scheiß Anzug. Alter, geh weg! Na? 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 Na du? Na du? Wer ist als erstes um den Tisch? Na komm, komm, krieg mich doch. Da, 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 da. Ich hör gerade erst mal Rockmusik, ja? Highway to Hell. De, de, highway to Hell. Na? Die Reise nach Jerusalem. Wenn das Radio stoppt, musst du dich hinsetzen. So, Ende. Ich sitze, du nicht. Haha. Oh, äh. So, ich bin weg, du siehst mich nicht mehr. Haha. Sorry, ich gucke mir mit 70 Accounts zu. Ja, ist klar, aber lach die. So, wir sollten mal ganz schnell hier irgendwie, äh, 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 alter, ja, 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 komm, nehm auf, nehm auf, nehm auf, nehm auf, nehm auf die Scheiße. weg. Geh einfach weg. So. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen in den Raum, wo wir gerade waren. Kommt er jetzt da raus? Weil dann speise ich ein Geräuschmacher mal da hinten hin. Na toll. Das war ja sehr, sehr intelligent von mir gemacht. Mein Gott. Geh weg. Aua. 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 Nicht hauen. Aua. Nicht hauen. Aua. Nicht hauen. Wir rennen an Unfall zufolge. Ja, genau. Pssst. 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 Ganz leise. Nichts sagen. Pssst. Nichts schreiben. Pssst. Wir sind bereit. Schön Livestream genießen. Prost zusammen. Ich weiß, dass Sie hier sind. Achtung. Der Orangen ist bestimmt ein Follower. Pssst. Das hab ich. Das hab ich. Das hab ich jetzt mal überhört. Versch... Verschwend ich Firmenzeit. Das hab ich jetzt mal überhört. Bei so viel Alkohol, weiß ich, getrunken habe, bin ich die... Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Wo müssen wir denn hin? Wir sind jetzt in dem Raum. Ja? Büro des Chefingenieurs. Maschinenraum. Wartungsdeck. Öffnen Sie das Gitter. Okay. Ach ja, da ist ja noch so ein Terminal, ne? Vielleicht müssen wir das bedienen. Gucken wir mal. Nicht pupsen. Der hört das. Pssst. Pssst. Oh. Pssst. 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 Fred ist wieder da. So. 6, 8, 3, 2. Ganz schnell schief, ich gehe jetzt mal... So schnell kann ich gar nicht lesen. Weil der Typ ist ja noch da. Was war das? 6, 8, 3, 2. 6, 8, 3, 2 Können wir das denn noch lesen? Ich würde das gerne lesen, aber ich weiß ja nicht, ob der Typ kommt Kann ich das in Ruhe lesen oder kommt der Typ dann? Das ist ja das Schlimme dabei Ich weiß ja nicht, ob der kommt Ja, der kommt doch bestimmt, hundertprozentig 100 Pro, da ist er doch schon, oder? Bestimmt nicht auf Drogen, Fred So, ich lese das mal eben Ich habe ihn mal so ein bisschen abgelenkt So, also schief Ich gehe jetzt wie verlangt runter zur Reaktorwartung Ich habe die Gitter hinter mir abgeschlossen Der Code laute 6832 Floors Stromversorgung Floors, wir brauchen sie unten im Reaktor In der Reaktorwartung Ich erhalte Berichte von partiellen Stromausfällen überall auf der Station Es wird die Hölle los sein Ich weiß aber, hier oben erkenne ich nichts Dass die Stromversorgung gefährden könnte Können sie da unten eine vollständige Systemcheck vornehmen? Schief So, suche nach ihnen Floors, ähm, wenn sie das hier lesen Warten sie an einem sicheren Ort Ich komme zu ihnen Wir müssen zusammenhalten Sanders ist tot Und mindestens vier weitere Ingenieure fehlen Ein weiterer verdammter Android hat mich Beinahe geköpft Also habe ich mir eine Waffe zusammengebastelt Hat genug Kraft, um Diesen Dreckskerlen ein Loch in die Birne zu pusten Ich werde, sobald ich kann, kommen Äh, schief So Ich Brauche ich mich jetzt erschrocken, ey Ich habe gedacht, der steht da um die Ecke, ey Meine Güte Nee, ich kann den nicht kalt machen, weil ich keine Waffe habe Das ist das Problem Sicherheitsgitter haben wir schon gemacht, so Can wait to get this game That game is very great I hope you enjoy this game It's very, very nice